Mario Tennis. Mal gucken, was so passiert. Ich glaube nicht, dass wir direkt miteinander Katzin schalten, weil es ist ja ein Tennis-Spiel. Mario und Peach gegen Bowser und Bowser-Jev-Jev im Hafenstadion. Ja, da geht's ja noch. Hallo, liebe Tennis-Freunde. Willkommen im Hafenstadion. Das ist das Finale in der entscheidenden Phase. Jetzt geht's um Sieg oder Niederlage. Heilige, verfickte Scheiße. Und Mario und Peach eine ungeschlagbare Kombination, aber wer hätte es anders erwartet. Fabrizio, einen wunderschönen guten Abend. Bowser hat im ersten Teil des Matches reichlich Energie verpulvert und steht jetzt unter Druck. Matchball. Ein einziger Punkt fehlt T-Mario, um eine Cup zu gewinnen. Heilige Scheiße. Ja, dann haben wir ja gute Karten. Dann haben... Ach, ich dachte, ich darf spielen. Tor! Tor! Hurra. Ach, guck mal, die hat sogar eigene... Ach, du Liebe. Die hat eigene Toads, die ihren Schläger tragen. So geht die mit ihrem Fußvolk um? Was ist das denn? Also, plötzlich hier. Ja, Wahnsinn. Zumindest sieht das Spiel schon mal fantastisch aus. Haare für ein Stadion. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ihr wart mit T. Ein prima Team und habt verdient gewonnen. Das ist jetzt die wiefelte Textzeile im Spiel mit dem ersten Rechtschreibfehlen. Sehr gut. Kommen wir also umgehend zur Verleihung der Trophäe. Oh nein! Wir haben Besucher. Oh nein. Bei einem Tennisspiel. Warum haben die Lila auch einen Glückwunsch, Wahaha? Und zwar klar, dass ihr euch den Sieg unter den Nagel reißen würdet. Und weil wir so nette Kerle sind, haben wir den Gewinnern zu Ehren ein Geschenk hinterlassen. Wahnsinn. Das ist das. Den mächtigsten Tennisschläger der Welt. Warum würde ich euch eigentlich nicht vertrauen? Was zur Hölle? Tennis halbes Spiel, das sagst du mir. Ja, danke Fabrizio. Ist nur etwas für die Besten der Besten. Ja, dann her damit. Warum würden wir dem Typen mit den lila Augen nicht vertrauen? Was geht denn hier vor? Da laufen auch sicher wieder zwielichtige Sachen. Ach, Quatsch. Wo kommt du hier überhaupt auf einmal her? Gefällt dir dein Geschenk nicht, Mario? Welcher Mario? Das ist der legendäre Schläger aus dem Solarius-Tempel. Wer kennt ihn nicht? Ein legendärer Schläger aus dem Solarius-Tempel? Könnte sein, dass... Nein! Nein! Lüge, Lüge! Alles nur das nicht. Der Tennisschläger selbst ist böse. Plötzlich Alufolie. Also, falls sich irgendwer gefragt hat, wie Wimbledon denn so aussieht. Genauso. Alufolie und Zombies und dieser Tornado hat das Stadion geradezu verwüstet im Hafenstadion. Aber das sieht noch ziemlich ganz aus. Nur die Zuschauer sind weg. Ich glaube immer noch nicht, was gerade passiert ist. Ein wahrer Albtraum. Hanfmann, grüß dich. Oder Hanfprinzessin? Und wo stecken nur Luigi und die anderen? Kann sie nirgends sehen. Ja, herrliche verfickte Scheiße. Wo können sie nur hin sein? Wo würde ich direkt so anschreien? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ach, warum? Das Verhalten von Wario und Warluigi war noch verdächtiger als sonst. Weil sie lila Augen hatten. Es ist etwas gegen lila Augen, mein kleiner Freund. Es klingt verrückt, aber ich glaube, der arme Luigi war mit das Griffband des Schlägers eingewickelt. Ist sehr unruhig. Die Story ist vom anderen Stern. Ohne Scheiß. Toad, du weißt doch irgendwas. Ich sehe es dir doch an. Naja, es war nur ein Gerücht, aber auf der Insel soll sich einmal das florierende Königreich des Solarius befunden haben. Der einen fiesen, bösen Tennisschläger hinterlassen hat. Das ist doch nichts Neues. In der Wüste gibt es ja Überreste dieses Reiches. Solarius Ruine. Vor kurzem waren ein paar Archäologen dort. Okay. Tennis muss im Königreich des Solarius ein echter Volkssport gewesen sein. In der Ruine gibt es zahlreiche Wandzeichnungen mit Tennismotiven. Eine dieser Zeichnungen ist gelinde gesagt äußerst merkwürdig. Es schwebt ein unheimlicher Schläger am Himmel. Und Leute verbeugen sich vor ihm. Als ob der Schläger sie kontrollieren will. Oh nein. Ein Schläger, der das Bewusstsein der Leute manipulieren kann. Oh nein. Vielleicht sollte er Boxer werden. Moment. Willst du damit sagen, dass Luigi und die anderen vor einem allmächtigen Tennisschläger kontrolliert werden? Sherlock Holmes. Das können wir zumindest nicht ausschließen. Vielleicht sollten wir... So Solarius Ruine. Um mehr herauszufinden. Ja, lass mal, lass mal machen. Alter. Lass mal, lass das mal machen. Du hast recht. Brechen wir doch am besten sofort auf. Halt, halt, halt. Das klingt zu gefährlich. Zu gefährlich. Für wir die Persönlichkeit... Können wir vielleicht irgendwann spielen? Prinzessin Beach und Prinzessin Daisy. Bitte erlaubt mir die Sache, mit Mario an eurer Stelle unter die Lupe zu nehmen. Könnt euer Seines Luigi anwerfen helfen. Holy Shit. Ja, das ist wahr. Dann überlassen wir diese bedeutende Aufgabe euch, meine lieben Freunde. Wir werden euch nicht enttäuschen. Los, Mario. Ab in die Wüsten. Als erstes Level, aber normalerweise ist das doch das zweite. Bitte begeht euch nicht in Gefahr und kommt wohlbehalten zurück. Wir werden hier auf euch warten. Ich bin sicher, dass euch nichts passieren wird. Es ist ja nicht euer erstes Abteil. Das bringt uns Luigi unversehnt so. Wir machen mal erstmal den Story-Modus, weil diese Story hat mich mal sowas von gehuckt. Das ist fantastisch. Das ist absolut großartig. Was muss ich tun? Ist das ein Level jetzt hier? Nein. Ja, ja. Frauen fügt jetzt einfach alle hinzu. Ich weiß nicht, was passiert. Der Baseball-Schläger ist angebracht, Samu. Haben Sie, danke. Oh, nee. Doof. Tor für Nigeria 2 zu 0. Halli, grüßt dich. Eigentlich bin ich ja eher für Island heute, aber was weiß ich schon. Wir werden mal gucken, was passiert. Piranha-Pflanzen bald. Also der Plan für heute ist, dass wir uns erstmal ein bisschen den Story-Modus angucken, sodass ich ein kleines bisschen mit den Controlls warm werde und dann nachher ein bisschen online spiele. Sieh mal eine an. Denki-Kang. Wo genau siehst du Denki-Kang? Hallo, alter Kumpel. Ach, da ist der. Derki-Kang. Heilige, verfickte Schei. Wie bitte? Du lässt uns nicht in den Wald, weil es zu gefährlich ist? Oga, oga, oga. Warum wohl? Na gut, der Wald kann warten. Gehen wir zuerst in die Ruine. Okay. Da gehen wir erst in die verfickte Ruine. Ach, das ist die Solari... Ich dachte, das wäre das Endziel. Was zur Hölle, Mann? Stehen bleiben hinter mir, hinter mir liegt die Solarius-Ruine. Wenn ihr nichts Wichtiges zu erledigen habt, dann zischt ab. Aber wir haben etwas Wichtiges zu erleben, zu erledigen. Wir müssen uns das Innere der Ruine genauer ansehen. Kannst du uns nicht durchlassen? Bitte. Nun ja, was war das jetzt für ein Geräusch? Gleich schreibt mich wieder irgendwer einmal ein Mikrofon klicken. Komisch. Nun ja, warum auch nicht? Ich habe mir das übrigens angehört. Das klingt tatsächlich komisch. Keine Ahnung. Ich glaube, das Mikrofon geht kaputt. Ihr seht mir nicht wie Radau-Brüder aus. Allerdings darf nur, wer Tennis spielen kann, die so in diese... Jo. Dann lasst uns mal Tennis spielen. Wenn ich euch so passieren lassen soll, müsst ihr euer Können beweisen, indem ihr mich in einem Match besiegt. Mein Kopf tut weh. Es drückt zu sehr. Habe ich schon Namen Sully gesagt? Oh Gott. Ja, die Emojis sind fantastisch. Sehr fantastisch. Sehr, sehr cool. Vor allem für die ganzen Communities ist es sogar einzeln. Heilige Scheiße. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, Mario. Du musst diesen Kerl im Tennis besiegen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Heilige verfechte Scheiße. Also los. Der hat seinen Kopf gedreht. Okay. Ja, lass mal spielen. Wir spielen mal. Rockenspieler ist das Knochenarbeit. Verstehst du? Wir sehen Knochen in deinem Tennis, Mensch. Ja, lass mal machen. Okay. Vor wir losgehen, wie ich sehe, hast du zwar Tennis-Kleidung, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du wirklich spielen kannst. Deshalb kl... Sag mal, Entschuldigung, ich hatte bis gar nicht... Deshalb erkläre ich dir vor dem Match einfach ein paar grundlegende Sachen. So fair sollte ich sein. Immerhin bin ich quasi ein Profi. Habe ich diesen Text geschrieben? Beginnen wir mit dem Aufschlag. Als erstes musst du den Ball hochwerfen. Werfen. Sehr schön. Nun schlägt den Ball, solange er in der Luft ist. So einfach ist er ein Aufschlag. Okay. 130 Km. Ja, ein Ass. Ich habe ein Ass geschlagen. Mann, guck, wie gut wir sind, Mann. Prima. Sieht aus, hättest du Talent. Jetzt geht es darum, den Aufschlag des Gegners zurückzuschlagen. Diesen Schlag nennt man. Return. Nicht zu wechseln. Mit Enter. Der Ball muss nach dem Aufschlag des Gegners einmal aufspringen, bevor du ihn schlägst. Ich lerne tatsächlich Tennis-Regners. Wenn du direkt aus der Luft annimmst, bekommt der Gegner den Punkt. Also dann, versuche einen Aufschlag zu retunieren. Lass mal machen. Ja, mach da jetzt mal, du Arschloch. Platsch. Ja. Oh, genau. Ich habe ein Ass geschlagen, auch bekannt als Spanking in der Tat. Einen Ass geschlagen auch. Jederzeit. Ass Ass ins Creed vielleicht. Das Tee. Was habe ich denn für einen Tee? Ja, das andere nicht. Ach, kein Willer-Tee. Sehr gut. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Nach dem Aufschlag schlagen die Spieler den Ball hin und her und versuchen, Punkte zu erzielen. Ach, guck, so einfaches Tennis. Das ist ja Wahnsinn. Wenn du den Ball mit triffst, immer nur völlig planlos zurückschlägst, wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben. Du benötigst eine gute Strategie. In dem Sinne versuche, die Bälle möglichst schwer erreichbar zu platzieren. Mit Hilfe von L kannst du den Ball schön in die Ecke spielen. Dann lass mal machen. Also, pass auf. Schlagen. Schön in die Ecke. Yes. Boom, schaka. Boom, schakalaka. Um die Gegner mit einem kraftvollen Schlag zuzusetzen, drücke Blah zweimal. Der Ball ist dann deutlich schneller als sonst. Noch schneller kannst du mit einem geladenen Schlag spielen. Halte zum Aufladen vor dem Schlag gedrückt. Das habe ich doch gerade getan, du Arschkrampe. Elfmeter für Eastland. Yes. Wenn der Ball beim Laden in deine Nähe kommt, schlägst du automatisch. Deine Gegner versuchen oft, sich mit kraftvollen Schlägen in die Ecke auszuspielen. Deshalb halte nach deinem Aufladen die zentrale Position. So. Oh Gott. Das werden die Unlangen des Tennis. Ganz nüchtern und knochentrocken erleuchtet. Aber jetzt. Zeit für unser Match. Ist nett, dass er mir erst sagt, wie ich ihn besiegt. Moment. Obst bin? Ist dann das verschossen? Ah. Toll. Na, Julian. Grüße dich. Dankeschön, Samu. Wir sind traurig jetzt. Also ich. Zweimal geschlagen. Spielt der auch mit? Weil sie ist ja viel zu einfach. Was ist das denn? Wie zu einem vierten Mario durch die Gegend rennt mit seinem Schläger. Viel zu einfach. Return-Winner? Hör auf. Der hat überhaupt nichts gewonnen. Der einzige, der hier gewinnt sind vier. Der einzige, der gewinnt sind vier. Ein wahrer Profi. Du Duellsessen? Moment. Gleich. Oh, der absolute Wahnsinn. Ich muss im Prinzip auffassen, dass ich nicht permanent von dem Bisschen bin. den Ball weglaufe. Das ist das Ding. Ich muss fürchterlich aufhören. Trompfiert er durch die Gegend. Wahnsinn. Gut. Ist natürlich auch noch das erste Batchel. Das habe ich natürlich auch nicht vergessen. Das war deutsches Voice-Acting in einem Mario-Spiel. Ich kann das nicht. Das war's. Und dann. Du, du, du. Dun, 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 dun. Ich habe keinen Würfel. Ich glaube, ich habe meinen Würfel wieder geklaut. Ja, Charlie, dann, äh. Ich spiele dir wohl erst mal Tennis. Verloren? Wirklich? Da habe ich den richtigen Turnier schon mal eine zweite Runde überstanden. Und jetzt besiege ich mich an Amateur. Das tut weh. Entschuldige mal bitte. Was zur Hölle, Mann. Du bist ja ein wirklich ganz guter Tennisspieler. Hättest mich ruhig vorweichen. Ich habe doch gesagt, dass ich Profi bin. Ach, nee. Das warst du. Oh, ab in die Dingsbums. Ja, wie geklaut. Schlimm. Stimmt. Das ist grausam. Wir haben auch deutsche Sprecher? Echt? Wahnsinn. Der Solarius-Tempel. Das Herzstück der Solarius-Ruinen. Hier wurden diese Wandzeichnungen entdeckt. Irgendein Hinweis muss hier doch sein. Okay. Oh. Eine uralte Prüfung. Löse mit deinen Tenniskünsten das vorgegebene Rätsel. Ob wir da hinkriegen. Aber ich finde das irgendwo, finde ich das schon ziemlich niedlich. Oder Besucher des Solarius-Tempels, zunächst muss ich deine Tenniskünste auf die Probe stellen. Dass sie es überhaupt versucht haben, einem Tennisspiel eine Story zu geben. Und dann das daraus gemacht hat. Lass mich raten. Ich muss da hinschmieren. Ach. Also muss ich nur den entsprechenden Knopf. Ich dachte, ich muss da hintreffen auch. Aber warum würde man das tun wollen? Wir sind ja hier nicht im... Warte mal. Ich hab den Sound leiser gemacht. Ich hatte keine Zeit. Gerader Schlag. Wahnsinn. Wie gut wir sind. Was ist das denn? Lass es gut. Sali hat sowieso wieder andere gemeint. Passt schon. Yes. Wir haben das verfickte Rätsel. Ah, nee. Noch nicht. Ein Stoppball direkt. Hurra. Der wäre aber nie über das Netz gegangen. Es sei denn, wir spielen ohne. Oder mit ganz tiefem Netz. Okay. Jetzt schon sammeln für den nächsten Community Tank? Das dauert doch noch. Den sammeln wir dann ja ankommen. Wann ist der? Am siebten schon, ne? Recht schnell, oder? Neben Stärke und Ehrenhaftigkeit spüre ich auch großes Potenzial. Bin sicher, dass du alle Voraussetzungen mitbringst, die Probe zu bestehen. Die da wäre. Verwende die verschiedenen Schlagtechniken, die du kennst. Kennen im Sinne von, die wurden mir vor zwei Sekunden per Button prompt auf dem Bildschirm beigebracht. Um das Geheimnis zu lösen und das Tor der Prüfung zu öffnen. Ist aber schön, dass das dafür dann vorher zumindest dann noch ein Tutorial geht. Also es ist fantastisch. Dankeschön. Das Rätsel macht dann das Tutorial auch mit. Das ist großartig. Wenn die den Scheiß gebaut hat, können ja nur die Briten gewesen sein. Ja, die meisten von den Pokermändern, die man da so findet, die bei den Community Days dabei sind, sind, da wir die meisten sowieso haben, waren die für uns sowieso nicht so interessant. Aber letztlich, so ein Shiny davon zu haben, ist ja trotzdem das Fein. Für die Sammler unter uns. Mach jetzt. Ich würde eigentlich lieber Tennis spielen. Das ist ziemlich lahm, wie ich das mal so sagen darf. Ist das mit D oder Kaffee? Hat Joschi auch geklaut? Ich weiß gar nicht, wie viele Tur-Toc-Bonbons wir haben. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Ich weiß, dass wir letztens das erste Mal ein Tur-Toc gefunden haben mit vernünftigen IVs. Da kann ich mich dran erinnern. Das habe ich noch so gerade eben mitbekommen. Ich habe es ja gefunden. Larvitarre. 147. Doch, echt. Ich hätte gedacht, dass es deutlich weniger sind. Aber... Wir haben zwei Schiggis mit Sternchen. Heilige Scheiße. Guck mal, wie gut wir sind. Hey, wir haben es geschafft. Yes. Apropos, guck mal, wie gut wir sind. Jetzt erzähl mal. Was ist denn jetzt bitte... Was hat es denn jetzt bitte mit diesem sicherlich nicht ominösen verfickten Tennis-Schläger auf sich? Sieht aus wie King D. 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 Nee, doch nicht. Ja, hi. Was wird hier wohl stattfinden? Mit Sicherheit kein Tennis-Match. Das ist jetzt so ein bisschen wie in Shootern, wo du dann die ganze Zeit... Wo du dann die ganze... Du kommst dann in so eine Arena rein, siehst genau, okay, das ist jetzt dann irgendwie um so ein bisschen... Dingsbums, weiß ich, so... Cover zu haben und so weiter und so fort. Du rennst dann irgendwo plötzlich in der Pampa rum von weiß der Geier wo, aber da hängt dann ein Tennis-Netz. Das ist fantastisch. Das ist sehr, sehr schön. Danke, Fabrizio. Ach, ja. Interessiert im Sinne von, dass wir es hier spielen, in jedem Fall, ja. Definitiv. Also an Pokémon Let's Go, Eevee und Pikachu. Also wir werden das hier sehr wahrscheinlich spielen, ja. Meister Mario, ich habe dein Schicksal... Ich habe... Ich habe deine vom Schicksal bestimmte Ankunft bereits erwartet. Sagt das jetzt gerade der Toad? Nein. Ich bin Observas, Wächter über das erhabene Königreich des Solarius und Hüter des bedeutenden Lucius. Alter, ich bin in einem verfickten Tennis-Spiel. Ich muss hier mehr Namen lernen als in Game of Thrones. Das ist ja grausam. Wie ihr wahrscheinlich... Also ansonsten habe ich mich mit dem Spiel, ehrlich gesagt, bisher wenig befasst. Ich finde, es sieht cool aus. Ein bisschen Spaß haben, dann wird das schon. Welches weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich tentiere zu irgendwas, zu einem davon, aber... Mal gucken. Vielleicht machen wir eine kleine Abschwörung dazu, wenn es dann so weit ist. Mal schauen. Wir müssen das alleine sowieso schon spielen, damit ihr dann quasi die Pokémon und so. Weißt du, ihr sollt ja die Pokémänner werden. Das müssen wir spielen. Wir haben ja keine andere Wahl. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, handelt es sich bei Lucius um einen allmächtigen Schle... Ach so. Ein gefährliches Wesen, das Leute kontrollieren kann. Okay. Siegel in einem Geheimraum in diesem Tempel hier. Aber das ist ewig her. Der Tempel verfiel und mit ihm der Geheimraum. Der Siegel brach... Oh Gott. Das Siegel brach und der Schläger fiel in die Hände eines neuen Besitzers. Oh je. Dann haben Mario und Valuigi Wind vom Lucius-Mythos bekommen und den Schläger geklaut. Das sind schlechte Nachrichten. Crucius. Den nehmen wir natürlich auch sehr gerne, ja. Oh, Lucius konnte zwei Männer... Oh Gott. Der Mann haben sie problemlos. Ich bin sicher, dass Lucius versuchen wird, die fünf Machtsteine wiederzubekommen, um seine ursprüngliche Macht wiederzuerlangen. Unsere einzige Hoffnung ist, dass ihr die fünf Machtsteine einsammelt, bevor es diesem schrecklichen Schläger gelingt. Ich würde gerne, wenn mich nicht alles die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Textboxen aufhalten würde, spielen. Aber was weiß ich schon. Er kann spüren, wo seine Macht weilt. Leider... Wie das bei Tennisschlägern halt meistens so ist. Leider werdet ihr euch irgendwann auf eure Reise denen stellen müssen, die Lucius' Macht kontrollieren. Das gehört, Mario. Ich hab's selbst vorgelesen. Arsch. Du wirst dich Lucius stellen müssen, aber wie kannst du gegen solch gewaltige Macht denn nur ankommen? Indem wir besser werden. Du musst eine durchschlagkräftige, seit Urzeiten überlieferte Technik beherrschen. Den Spezialschlag. Dann öffnen sich ganz neue Perspektiven. Es gibt eine Vorrichtung in diesem Tempel, mit der das Volk im alten Königreich trainierte. Vielleicht schlummern dort über die verborgene ganz neue Kräfte. Wer weiß, wer weiß, was ist da los. Ja, hallo. Ist das ein Phantom? Um einen Spezialschlag verwenden zu können, musst du erst eine andere, neue Technik meistern lernen. Den Zielschlag. Als Naturtalent wird es dir sicher leicht fallen, den Sternbereich zu finden, in dem besonders effiziente Schläge möglich sind. Wenn du in einem Sternbereich ganz hoch springst, kannst du ihn mal besonders kraftvoll in die gegnerische Hälfte schmieren. Heiliger, verfickter Scheiß. Äh, Sternbereich, der sich dreht. R. Laufen, R. What? Das klingt sehr realistisch. Das stimmt. Das ist der tighteste Shit hier, Mann. Das ist der tighteste fucking Shit. Moment, was? Langsam, langsam, langsam. Schlagen. Was geschah? Das ist serious business hier. Wie nochmal. Fantastisch. Die Schläger sind so hart, dass sie den Schläger deines Gegners beschädigen. Oh ja. Wenn der letzte Schläger deines Gegners zu Bruch geht, kann die Partie nicht fortgesetzt werden und du gewinnst das mit. Wie das beim Tennis halt so läuft, nicht wahr? Also, machen wir uns da nichts vor. Perfektioniere den Zielschlag und du wirst den wunderbaren Tennissport in einem ganz neuen Licht sehen. Glaub mir, ich übertreibe nicht. Wie soll man? Nein, das ist so eine gewaltige Angriffstechnik überhaupt kontert. Nun, es gibt auch eine ähnlich effiziente Defensivtechnik. Den super Zeitlufer. Wie danach. Schon sagt. Bewegt sich dabei alles in deiner Umgebung in Zeitlufes, du sonst unter erreichbare Bälle noch erlaufen kannst. Wenn du, wie das im Tennis halt so läuft. Besser an uns, das stimmt. Das ist im Prinzip, für die Leute, die es nicht wissen. Manche denken, ja, das ist ein Tennisspiel. Die Story ist eigentlich geschrieben von George R.A. Martin. Nochmal so am Rande. Wenn dir einen Ball um die Ohren fliegt, zu fliegen droht, mach ihn sofort ganz langsam, um ihn noch erwischen zu können. Achso, also wenn ich angreife, drücke ich eher um zu dem... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mein Gegenüber gerade nicht den Super Zeitluper versucht hat. Formidabel. Ich glaube nicht, dass ich dieses Buch je... George R.A. genau. Ich glaube nicht, dass ich dieses Wort jemals geschrieben gesehen habe. Der Super Zeitluper ist eine tolle Methode, um schwierige Bälle zu erreichen. Und keine Sorge, seine Verwendung reduziert nicht die Schlagkraft deiner Zielschläge. Du sollst auch am Timing deiner Blocks arbeiten. Plötzlich Basketball. Um deinen Schläger vor dem Zielschäden des Gegners zu schützen. Okay, danke. Warte, bis der glänzende Ball dich erreicht. Wie zu früh. Ich habe doch trotzdem... Okay. Was muss ich machen? Geblockt. Ja, aber woher soll ich jetzt wissen, wann denn rechtzeitig und toll ist? Das werden wir wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Spiels leicht rausfinden. Bist du müde, Mario? Wenn du Zielschläge oder den Super Zeitluper einsichten möchtest, musst du Energie ansammeln. Der Zielschlag und der Super Zeitluper sind anstrengende Techniken, für die eine Energieanzeige mindestens zu einem Drittel gefüllt sein muss. Wie bekomme ich Energie? Deshalb musst du stets darauf bedacht sein, deine Energievorräte zu erhöhen. Und ich erhöhe meine Energievorräte sicherlich, indem ich energietreibendes Tennis spiele, nicht wahr? Längere Ballwechsel und geladene Schläge sorgen dafür, dass deine Energie schrittweise zunimmt. Klar, logisch. Ice Flower Games, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ein maximal geladener Schlag schafft dir einen gewaltigen Energieschub und hat zudem ordentlich Wumms. Heilige Scheiße. Moment, wenn dein Schläger oben leuchtet. Wenn mein Schläger oben leuchtet. Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Okay, also, pass auf. Das heißt, ich muss dann doch noch ein bisschen timen. Das ist im Prinzip ein bisschen komplizierter als Virtua Tennis. Fantastisch. Ja, ich habe schon mal Virtua Tennis gespielt. Hör auf jeden Fall. Jeder Mensch hat halt seine eigenen Hobbys. Okay, pass auf. So, jetzt. Machen wir voll jetzt. Oh, scheiße hier. So, jetzt. Was muss ich machen? Was kann ich jetzt tun? Ich habe jetzt alles aufgeladen. Jetzt muss, also jetzt muss. Also, jetzt geht das zu teuer weiter. Spitze. Aber es geht auch effizienter, nämlich mit Hilfe des Trickschlags. Beim Trickschlag setzt ein Charakter für ihn typisch Fähigkeiten an, um schwer zu erreichen, Bälle noch zu erwischen. Um die eigene Begeisterung oder die der Zuschauer zu sch- oder die der Zuschauer zu sch- oder die der Zuschauer zu sch- Ja, es ist ziemlich voll hier in dieser Area, habe ich mir sagen lassen. Äh, lass den Gegner glauben, dass er dich ausgespielt hat und überrasche ihn dann. Oh, ja. Solltest du wissen, dass Trickschläge riskant sind. Wenn dein Timing nicht stimmt, verlierst du Energie, anstatt welche zuzugewinnen. Also, alles am richtigen Timing. Okay. Neigen, Trickschlag. Du kannst auch zweimal oben drücken, wenn du L neigst. Deine Reaktionszeit war fantastisch. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber ich... Ich bin so gut. Ich bin ein sehr, sehr guter Tennisspieler für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich sehe nicht so ganz, was die von mir wollen, aber... Yes! Oh! Etwas langsam reagiert. Du hast einen Trickschlag ausgeführt, aber auch etwas Energie verloren. Oh mein Gott. Yes! War fantastisch. Okay, also... Das heißt, ich mache das dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Quasi. Lass ich los, kurz bevor ich den Ball schlagen muss. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Was für ein großartiger Trickschlag. Dankeschön. Ich weiß, ich bin ein absoluter, wahrer Profi. Ah, danke, Jero. Genug der Theorie. Zeit für deinen ersten Spezialschlag. Deine Energie kannst du auf verschiedene Arten erhöhen. Fülle die Energieanzeige komplett, um deinen Spezialschlag ausführen zu können. Ein Spezialschlag ist eine mächtige Technik, die potenziell ein ganzes Spiel drehen kann mit einem einzigen Schlag. Setzt du die gesamt in mir gesammelte Energie frei, ist der darauffolgende unglaubliche Spezialschlag ganz individuell auf dich abgestimmt. Selbstverständlich. Spezialschlag. Okay. Also, ich drücke jetzt L. Ich muss trotzdem schlagen. Oh. Oh. Boom shakalaka. Faszinierend. Dankeschön. Habt ihr. Du hast alles gelernt, was ich dir beurteilen kann. Oh, darf ich das und das nicht? Ich darf jetzt ein Spiel trinken. Jetzt bist du wirklich ein großer Tennis-Hill, Mario. Die fünf heiligen Schätze im Wald einer Villa im Schnee auf See und im Feuer sind die verschlägt nämlich. Bitte verhindere, dass Lucius Macht wieder wirksam wird. Ja. Das werde ich dann wohl mal tun, nicht wahr? Ah ja, Moment. Da kann ich jetzt durch den Wald da durchgehen. Solaris, das ist ja schlimm. Wir müssen unbedingt diese Machtsteine einsam, bevor Luigi und die anderen sie uns wegschnappen. Fünf der verschiedenen Regionen dieser Insel ver- Schnee und Schnufe. Beginnen wir im Wald. Ja, mir bleibt ja so viel anderes nicht übrig. Und wir gehen. Und wir Informationen... Persönlicher Platz Solaris würde ich jetzt mal mehr spieler Partien über... Hey, wir dürfen spielen, glaube ich. Nehmen wir dann doch einfach mal so. Also. Hallo, Denkigang. Wir würden jetzt wirklich gerne in den Wald, aber... Du lässt uns nicht durch, weil es zu gefährlich ist, stimmt's? Ja, dachte ich mir. Dann weiß ich auch nicht, was wir tun sollen. Was meinst du, Mario? Tennis spielen gegen Denkigang. Was? Ich durfte nur, wenn er seinen Tennis-Künstler beweisgestellt hat. Oh, heilige Scheiße. Oh, sieh doch mal, Mario. Ein Tennisplatz mitten im... Mitten im Wald. Heilige Scheiße, Mann. Das Netz ist mit Röhren beschluckt. Jetzt hat sich Donkey Kong da wohl Gemeines ausgedacht. Oga, 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 Oga. Ach, was soll's. Solche affige Ideen werde ich dich schon nie... Observer's erlerntet... Ja, doch. Lass mich doch einfach mal Tennis spielen. Eine World-Main-Bühne hat da. Wie sich das für ein Tennis-Spiel halt gehört. Entschuldige mal. Ziele auf die Piranha-Pflanze... Ja, 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 klar. Also, Tennis! Ey, wir dürfen ein Spiel spielen. Kannst dir vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Wer hätte das jemals kommen sehen? Oh Mann, der bewegt sich mitten hier. Was ist der für ein Arsch? Ich muss einfach mich zu verwirren, mein kleiner Freund. South Park Dance Battle. Was ist das mit diesen Stripperinnen? Der ist gerade für eine Sekunde, der spielt ohne Schläger. Das wäre fantastisch gewesen. Selbst totes skeptisch, ja. Aber warum denn nur? Alter, wir schlagen mit 165 kmh auf, Alter. Ohne Scheiß. Das ist ja schon fast ein Weltrekord. Das ist auch sehr, sehr schwer. Das ist ja das erste Match im Spiel. Also, warum ist das? Was hat er denn jetzt gemacht? Was war das denn jetzt? Spielaufschläger. Natürlich erwarten wir dein Zeugnis. Die Stimme vom Ansager ist fantastisch. Der klingt wie so ein komischer Internet. Nur hat er dann... Fagis, normalerweise... Also sowas hat ja dann bei Nintendo... Du Wichs... Nein! So was hat bei Nintendo ja normalerweise dann immer irgendein Lord. Das müsste ja irgendwer sein. Theoretisch. Ich hätte ja auch mal beim Aufschlag gepunkten können. Das nennt sich Ass. Ich habe vergessen, wie das mit den Sternen hier funktioniert. Wie geht das mit den Sternen nochmal? Das sind nur zu viele Informationen. Ey, ich kann meinen Dingsbumschlag jetzt machen. Warte, ich möchte jetzt meinen Dingsbumschlag machen. Lass mich meinen Dingsbumschlag machen. So, jetzt. Yes! Direkt zum Retournieren, Alter. Da guck mal, wie gut wir sind, Mann. Das ist mal übelste Walljumps anwenden, die nicht existieren. Und dann da hinten in die Ecke. Klatsch. Boom, shakalaka, du kleiner Arschkrampf. Matschball. Matschka kenne ich. Rusev, der alte Wämser. So, wir machen jetzt surfenvolle. So, wir machen jetzt surfenvolle. Wir gehen jetzt als Netz. Klatsch. So, guck mal, wie gut wir sind, Mann. Jetzt machen wir uns gerade auf Rasen. Das ist eine sehr, sehr veritable Taktik. Das ist Wahnsinn. Das ist Können hier. Wo Butter steppt. Ist das in Stick of Truth? Danke euch. Es war sehr, sehr schwer. Level up. Wir haben Level up. Wir sind schon Level 2. Wir haben ein höheres Lauftempo. Bist du in einem Tennis-Match und schaffst es, deine Erfahrungspunkte aufzunehmen, steigt dein Level an. Wenn Marius' Level ansteigt, wird er stärker. Wenn du Schlag härter an. Okay. Lauf deinem Moment, kannst du dich schneller bewegen. Wahnsinn. Wenn dein Wert für Gewandtheit ansteigt, erreichst du schneller deine Höchstgeschwindigkeit. Höhere Level bescheren dir nicht nur bessere Werte, sondern mindern auch die Gefahr, dass dein Schläger bei einem Blockversuch zerbricht. Hinzu kommt, dass Zeitlimits eine Herausforderung, denn groß zu hier bemessen sind. Triffst du einen Gegner, den du nicht schlagen kannst, kehre zu einem früheren Level zurück, um Erfahrung zu sagen. Ach, ich muss Level grinden? Ach, in der Serie, ja. Okay. Du darfst mir gerne sagen, wie die Schläge funktionieren, ja. Äh, die Sterne. Du kannst deinen Status jederzeit überprüfen, den du nur drücken von Blablabla, wenn du öffnest, Status, wer der erwähnt. Danke. Wahnsinn. Danke, Kang, würd ich dein Können, Mario, wenn das nichts ist. Also auf in den Wald. Gewandtheit. Genau, wir sind auch sehr, sehr gewandt. Waldtrainingsplatz? Wann soll ich denn auf einem Trainingsplatz? Möchte die alle hier, weißt du, Piranha-Pflanzen-Biotop? Was? Ziemlich dunkel und feucht und unheimlich. Alles andere als ein Ort, an dem sich ein Toad aus der Stadt wohlfühlt. Wahnsinn. Oh nein, Mario, wir sind auf Pflanzen-Tere-Tete-Tee. Besiege Piranha-Pflanzen und Vorsicht vor Feuerböllen. Rasche Reflexe. Besiege innerhalb des Zeitlimits 30 Piranha-Pflanzen. Das sind ja nur sechs. Oder acht oder so. Schauen wir mal. Ach, ich kann die Feuerbälle zurückschlagen. Ich dachte, ich soll vor denen aufpassen. Ich habe mich aufgepasst. Wie viel Hektik. Der hinten treffe ich irgendwie nie. Vielleicht sollte ich mal einfach die ganze Zeit in die Mitte ziehen. Moment, ich bin ja blöd. Ich kann ja auch so machen. Yes. Wie gut wir sind. Man guckt, wie gut wir sind. Yes. Hochprofil. Ich sage mal, wir sollen bitte so schnell reagieren können. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist so hektisch. Das ist so hektisch. Verliehe ich Zeit, wenn die mich treffen? Ich habe mir aufgefallen. Wahrscheinlich schon. Ich habe geblockt. Und zwei Welle gleichzeitig zurückgeschafft. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt ist aber mal hier tight. Hektik. Angst, Stress, Panik. Yes. Yes. Waren wir sie getroffen? Ich verliere es mal fünf Sekunden damit. Ich würde bestenfalls noch elf Sachen gleichzeitig passieren lassen. Das wäre fantastisch. Können wir das irgendwie einrichten? Nein, nein, nein. Pass mal auf. Yes. Yes. Nein, mein Schläger ist kaputt. Game. Drei Stück vor Schluss machen die das kaputt? Ach. Du darfst mich gerne Roger Vell dran nennen. Dem die Farbe des Sterns gehört. Jetzt muss man also, Gott, der muss ich erst mal miteinander verbinden. Okay. Ob ich das so hinkriege? Ob ich das so hinkriege? Lass mich doch einfach wieder spielen, Herr Gott, nochmal. Diese scheiß Katze. Komm, komm. Ey. Aber überspringen, okay. Das ist ein Penner. Okay, das heißt, diese Lila Schläge mache ich dann jetzt besser mal nicht, wenn es kurz vor Schluss ist. Normalerweise müsste dann jetzt aber auch der Staat dürfte jetzt, theoretisch dürfte der Staat jetzt ein bisschen besser werden, oder? Nüchtern betrachtet. Und ich hätte eigentlich diese Lust, den Power Schlacht-Kack da eigentlich auch nutzen sollen. Oder? Das wäre wahrscheinlich gut gewesen. Ne. Ach, und die Lilan, die machen dann diese komischen, was weiß ich was, Schläge da, ja? Interpretiere ich das alles richtig? Ich hoffe, das tue ich. Habe die das mit den Sternen gerade so erklärt? Hallo. Ich habe doch gar nicht gedrückt. Ich habe längst aufgehört, es zu drücken. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich kacke jetzt einfach aus. Ich kacke jetzt einfach aus. Tschüss. Scheißegal. Bevor mein Schläger wieder kaputt geht, weiche ich lieber aus. So. Wir machen das so. Die kriegen sehr süß hier. Wenn sie doch nur genauso niedlich sterben würden. Wäre das nicht fantastisch? So. So. So zum Beispiel. 30 eventuell ein bisschen zu viel. Aber ich will ja nicht sagen. So hektisch. Mäh. Die kommentieren im Prinzip nur meine Tennisleistung. Ich frage dann, Mario fragt, wie gut spiele ich Tennis? Die Antwort ist. Mäh. 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 Vielleicht ist es auch eine Schafpflanze, genau. Keine Fleischfressenden, sondern Schafseinde. Oder die haben Schafe gegessen. Die haben Schafe gegessen. Die Schweine. Und deswegen klingt das so. Kann ich den, zählt das jetzt noch? Kann ich den, den lustigen Lila noch zurückschlagen? Ich möchte gerne einen von den Lila loswerden. Doof. Können wir bitte noch mehr Sachen gleichzeitig machen? Das wäre sehr fantastisch. Wieso war das zu früh? Moment. Wird ich die antworten, so wie sie kommen? Das wäre natürlich, der würde die Sachen natürlich ein bisschen einfacher machen. Ich werde das schon wieder nicht schaffen. Oh, bitte. Was ist das für ein Scheiß? Oh, wir gehen dann wohl mal zum verfickten Trainingsplatz. Oh Gott. Level 4? Warum habe ich zwei Level-Ups bekommen? Oder wann? Oh, bedankt. Ja, ist gut. Darf ich gehen? Was geht denn hier so schön? Wahrscheinlich ist es hier einfach nur, wahrscheinlich ist es hier gar nichts. Hier geht es wohl nicht weiter. Oh, hier ist ein Tennisplatz. Wie praktisch. Vielleicht kannst du ein paar Matches gegen stärkere Gegner beschreiben. Oder ja, wir können ein bisschen trainieren. Lass uns möglichst lange Ballwechsel versuchen. Zähle erfolgreich schläge hintereinander, bringen die Bonuspunkte. Versuche also stets einen Ballwechsel am Laufen zu halten. Was zur Hölle, Alter? 200 Punkte. Okay. Aber was habe ich denn davon? Aber ich muss ja dann jetzt, wenn ich den Ball wechsel, so lange wie möglich am Leben halten lasse, muss ich ja auch dafür sorgen, dass ich ihn nicht versehentlich besiege. Das darf ich auch nicht machen. Das wäre dann ja schlecht, wenn ich das jetzt tue. Die ganzen Schläge testen. Das wäre dann scheinbar ein Stopp, wenn ich jetzt schätzen müsste. Das Spiel ist fürchterlich niedrig. Das ist eigentlich ziemlich cool. Toll, danke. Alter, ich dachte, wir wollen 200 Punkte kriegen, du dover Lappen. Aber das Ding ist, wenn irgendwer... Aber ich darf ja auch nicht gewinnen. Das heißt, ich darf weder gewinnen noch verlieren. Toll, danke. Den anderen Schlag da, den komischen Power Schlag, darf ich jetzt auch nicht machen, weil dann gewinne ich ja. Das ist ja doof. Das wollen wir nicht haben, ja. Ich verstehe schon. Komme ich schon mit klar. Ja, auch ziemlich cool. Mir ist die Mission, bitte pflanzen nur zu lang. Aber das werden wir gleich schon schaffen. Gibt Schweiße meines Angesichts. Und es gab Bonuspunkte. Alle 10 Ballwechsel, haben die gesagt, gibt es Boni, oder alle 10 Ballwechsel. Beziehungsweise Schläge. Aber warum macht er das jetzt wieder? Will er nicht mit mir arbeiten? Danke. Ja, das habe ich für ein halbes Level gemacht. Was zu höhere, dass ich riesige, wie 1000 Milliarden Level oder so. Du schaffst, Mario. Was ist mir ängstlich, wie schnell du dich verbesserst? Ja, das sehe ich. Fällt mir gerade noch was ein. Donkey Kong hat gesagt, dass es sehr wichtig ist, die Stabilität des Schlägers im Auge zu behalten. In diesem Wald soll es nämlich Piranha-Pflanzen geben, die einen Ball so kraftvoll zurückschlagen können, dass sein Schläger zerbricht. Wenn ein mit brutaler Gewalt zurückgeschlagener Ball in Richtung unterwegs ist, versuche ich, ihn mit Blatt zu blocken, wenn der Ball den Schläger berührt. Okay. Wird schon schief gehen. Wird dir gefallen, meinst du? Ja, ist ein Vollballspiel. Noch. Ich kann mir aber vorstellen, dass der relativ schnell günstiger wird. Wobei, so Online-Spiele ist immer, je nachdem, wenn das Spiel jetzt aus irgendeinem Grund fürchterlichen Hype bekommt auf einmal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so explodiert wie Mario Kart oder sowas. Aber wenn das eine Zeit lang beliebt ist in der Community, dann kann ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen länger teurer bleibt. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch nur Tennis. Sully heißt Uli, sagst du? Sully wollte gestern nicht mit uns zum Konzert gehen. Können wir bitte alle einmal Sully ausbuchen? Was war das denn? Also habe ich jetzt einmal was mit den Sternenschlägen da richtig gemacht. Interpretiere ich das richtig. Sully ist gerade abgehauen. Dann bummen wir später nochmal. Sollte eigentlich den rechten davon trennen? Genau den. Wahnsinn. Wieso war das zu weit? Ich will nicht zu weit geschlagen haben. Den will ich direkt wegmachen. Der ist doof. Der macht lila Sachen. Die lila Typen sind Arschkram. So viel habe ich ja mittlerweile gelernt. Die lila Typen immer so schnell wie möglich scheinbar umbringen. Ich glaube, das ist das größte Problem, das ich bisher hatte. Alles, was lila Arschtypen gemacht hat. Aha, wieder lila. Ja, Nintendo. Erkenne ich da etwa ein Muster? So langsam aber. Kann ich denn den Wichser? Ah, hier vorne treten. So. Nee, nee, nee. So. Direkt zur Begrüßung Ausbruch. Natürlich, selbstverständlich. Ich als schwerster Heavy Metal Fan. Als hätte ich jemals irgendwas anderes gesehen. Machen wir uns doch nichts vor. Einfach ganz random. Okay. Vier noch. Keine Ahnung, was gerade passiert. Warum war das jetzt auf einmal so einfach? Oh, nah am Drohbel. Grüß dich. Das ist zur Hölle, Mann. Ey, unsere Schlagherde hat sich erhöht. Wahnsinn. Guck mal, wie gut wir sind. Guck mal, wie tight wir sind, Mann. Warum war das jetzt auf einmal so einfach? Vielen Dank, Fabrizio. Und Ray. Großartig, Mario. Und jetzt weiter. Ja, lassen wir machen. Schon wieder zwei Wege. Einer davon führt wahrscheinlich wieder zu absolut gar nichts. Aber das macht nichts. Ja, wie schön ist. Uralter Altar. Was ist ja ein Uraltar. Ich habe das richtig verstanden, ja? Geht hier so? Waldrand. Wir gehen mal erstmal an den Waldrand. Wir heben uns den Altar mal erstmal noch ein kleines bisschen auf, ja? Hier geht es nicht weiter. Oh, sieh mal, Mario. Da ist ein Spike. Was machst du denn hier mit einem Waldkumpel? Vielleicht zufällig Tennis spielen? Ist das nicht offensichtlich? Oh, Schläge aus dem Holz umgestürzter Bäume. Oh, vielleicht verkauft er mir einen neuen Schläger. Holz ist hochwertig und ideal geeignet. Aber ich habe noch gar kein Geld verdient. Hm, wenn du mir dabei helfen könntest, mein Defensivspiel zu verbessern, würde ich dir einen dieser wunderschönen Schläger vermachen. Ich soll dir helfen. Ich soll dir helfen, irgendwas zu verbessern. Du musst einfach nur die Bälle zurückschlagen, die die Piranha-Pflanzen verschießen. Es war so, dass ich sie unmöglich erreichen kann. Wenn du einen Ball nicht erreichst oder in so schlecht, so schlecht spielst, dass ich sie nicht zurückschlagen kann, gilt das als Fehlversuch. Also dann. Ich spiele 20 so perfekte Bälle, dass ich nicht an sie herankomme. Und zwei Fehlversuche sind drin, aber mehr nicht. Okay. So viel Aufwand für einen einfachen Holzschläger. Verrückt. Da kommen sich ja viele Matches. Noch, ja klar, kann man nicht genug Schläger. Gib dein Bestes, Mario. Ja, stimmt. Er braucht Hilfe. Von einem wahren Profi. Was soll schon schiefgehen? Wenn ich zwei Fehlversuche habe, was soll schon schiefgehen? Wie hätte ich denn hier jetzt anders schlagen können? Ja, Moment. Ich kann ja, ich muss, warte mal, die wollen bestimmt, dass ich den Nupfer, oder? Ja. Das ist das, was die von mir wollen. Aber die machen trotzdem meine Schläge kaputt, wirst du Arschlöge. Aber was ist, wenn ich den Schlag einfach nicht annehme? Tschüss. Ach. Die wollen also entweder ein Schlag, also entweder ein Dings oder ein Stoppball. Ja, aber verstanden. Das ist scheinbar ein Tutorial dafür, dass ich einen, dass ich einen Lob machen soll, wenn jemand vorne am Netz steht. Interpretiere ich das richtig? Ich glaube, ich interpretiere das richtig. Okay, nehmen wir natürlich gerne. Wenn man weiß, was die von einem wollen, geht es dir dann. Wieso war das zu früh? Aber was ist, wenn ich... Na, shit. Na. Trotzdem funktioniert. Dankeschön. Nochmal Glück gehabt. Ich weiß nicht. Ich möchte auch gerne mit Stacheln oder Schneekuchen werfen. Werfen. Zum Beispiel einen Stachelbeerkuchen, den ich nicht esse und meine Oma dann beleidigt ist. Haha. Dankeschön. Na, gut. Dankeschön. Für die Bits. Diese Mechanik mit dem kaputten Schläger verstehe ich absolut noch gar nicht. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Ich habe keine verdammte Ahnung. Irgendwas... Irgendwas... Wäre es ja wahrscheinlich sinnvoller, einfach hinzunehmen, dass ich den Ball nicht bekomme und den Ball dann einfach... Also, den Geichner dann einfach den Punkt zu geben. Aufgrund der Tatsache, dass ein verlorener Punkt weniger schwer wiegt als ein Drittel meine Schläger ist kaputt, weil ein Drittel meine Schläger ist kaputt, da habe ich nur genau drei Versuche. Shit, das war falsch. Aufgepasst. Weil ein Drittel... Aha. Ein Drittel meine Schläger ist kaputt, ist schlimmer als der eine Punkt, den ich dann verloren hätte. Dadurch, dass ich hier allerdings sowieso auch nur drei Fehlversuche, ja, drei, vier Versuche habe, wäre es dann hier plus... Also, es ist im Prinzip dasselbe. Das Geräusch. Es ist so ein hübsches Spiel. Ich würde mir wünschen, dass das bis hierhin noch relativ, passiert bis hierhin noch relativ wenig. Irgendwie. Ich empfinde das Spiel bis hierhin als sehr, sehr langsam. Ich würde mir wünschen, dass in dem Spiel, das wird sich gerade online sehr wahrscheinlich sehr, sehr schlagartig ändern, ich würde mir wünschen, dass das Spiel so actionreich und so schnell wäre, wie die Level aussehen. Das wäre fantastisch. Aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es irgendwann noch passieren wird. Ist ja quasi noch kein Bäcker vom Himmel gefallen, verstehe? Und natürlich auch kein Roger Federer, nachdem ich jetzt logischerweise benannt bin. Wieso war das zu früh? Wie lange soll ich denn warten? Das Ding ist, wenn jetzt noch so ein Ding kommt, wieder zwei Verschluss, dann bin ich wütend, weil das würde mich ankotzen. Mach es jetzt bitte nicht. Danke. Sehr entgegenkommt. So. Habe ich jetzt gewonnen? Glaube ich habe gewonnen, oder? Langsam wird es erst auf Sand, ja, das stimmt. Wobei, ich habe nie so, nie schlagartig, genau. Ich habe nie verstanden, warum du auf Sandtennis langsamer bist. Aber das so ist, weiß ich auch, ja. Hey, unsere Gewandtheit hat sich erhöht. Guck, wie gut wir sind. Wahnsinn. Ja, wir haben einen neuen Schläger. Klasse, Mario. Das war Präzision im Vollendung. Er hat mir schon gedacht, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist, Mario. Hier, bitteschön. Der versprochene Holzschläger für dich. Du hast den Holzschläger erhalten. Danke. Was kann ich damit tun? Bin ich damit jetzt besser? Wenn jetzt ein Schläger kaputt geht, habe ich dann einen Ersatzschläger. So, erhältst einen neuen Schläger. Erhältst du einen neuen Schläger, die du im Abenteuermodus verwenden kannst. Das habe ich mir peinbar gedacht. Schläger mit einem hohen Wert für Angriff verursachen hohen Schaden am gegnerischen Dingsbums. Hohen Wert für Verteidigung nehmen bei Missglückenbockversuchen weniger Schaden. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr wichtig für mich. Schläger mit einem hohen Wert in Stabilität können mehr Schaden als andere aushalten, bevor sie zerbrechen. Wenn dein Schläger zerbricht, wird der Schläger unter Status automatisch ein Neuer ausgewählt. Immer der, ganz links angezeigt, wird die Reihenfolge, in der du den Schläger sortierst. Kannst du mir nicht. Der letzte Schläger zerbricht, kommst du nur weiter, indem du dir einen neuen Schläger besorgst oder deinen Level erhöhst. Schläger, die du gesammelt hast. Also gehen die, Moment. Gehen die dauerhaft kaputt dann? Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die dauerhaft kaputt gehen? Das wäre aber nicht so cool. Weil da könnte es ja theoretisch sein, dass wir, dass ich mal an den Punkt ankomme, in dem ich ja logischerweise nicht Dingsbums, wegen der erhöhten Reibung. Hast du jetzt nachgelesen oder wusstest du das tatsächlich? Du bist schon tief im Wald drin. Wir erzählen was von dunkel und feucht und von tief drin, aber ich bin, ob wir näher als Machtstein sind, jetzt schon? Da ist eine Truhe, ich sehe eine Truhe. Ganz ehrlich, Mario, ich finde es hier richtig gruselig. Zum Glück bist du dabei. Da fühle ich mich gleich etwas besser. Okay. Ja, dann lassen wir spielen. Waldmonster. Aber sie gehen halt bis dahin, so eine Bossel-Pirala-Pflanze. Ja, lass mal machen. Uh. Hey, der Typ. Ein Uraltar-Altar. Na, wenn ich eine riesengroße Pflanze in irgendeinem Wald finde, mal das erste, was ich meine, sollte ich erst mal Tennis spielen. Ich glaube, das habe ich mal in dem Trailer gesehen. Ich glaube, ich muss das jetzt so lange machen, genau, bis das voll ist und dann kann ich auf den... Yes. Buh. Hey, Moment, da hat es nicht getroffen. Wieso das... Ich habe den noch getroffen, den Bauchnabel. Ich soll mit dem Scheiß jetzt hier ausweichen. Oh, die nutzen jetzt diese Mechanik hier, die ich jetzt gerade nicht zeigen kann, weil dieses Ding nutzen die jetzt als Ausweichmechanik. Also gar nicht mal so uncool. Gar nicht mal so uncool. Leben mal gerne. Der Spiel sieht vor allem extrem fantastisch ausfindig. Jetzt kommt dann aber auch langsam so ein bisschen Action rein. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Wenn ich sagen würde, ich habe keinen Spaß, würde ich definitiv üben. Also das passt schon. Abgesehen von diesen dämlichen lila Schlägen, die ich absolut gar nicht verstehe. Aber so, pass auf. Jetzt? Das hat die jetzt getroffen. Ich muss nur... Ach, die hat da Herzen. Ich muss nur... Irgendwas wollte ich dir sagen. Ich habe meinen Faden verloren. Mir sind die... Die Controls bei diesem First-Person-Ziel-Ding ist mir ein bisschen zu empfindlich. Da muss ich gucken, ob ich die irgendwie runterstellen kann. Entschuldigung? Oh, danke, Ray. Habtankt, Fabrizio. Alter, was zur Hölle, Mann? Ach, den anderen Schläger darf ich jetzt aber trotzdem noch weiter nutzen, okay? Wie zur Hölle ist das so... Wie spät soll ich denn schlagen, Alter? Ich habe doch gedrückt. Aber Moment, vielleicht kann ich das verbinden. Vielleicht kann ich diese lila Bälle verbinden. Ich bin ja blöd. Ich kann die lila Bälle ja verbinden mit dem... Das wollte ich nicht. Scheiße. Die kann ich ja verbinden mit dem... Mit dem Verlangsamer-Kram. Das hat auch Motion-Controls. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ey. Trotzdem gezielt. Ja, mir ist der Dreh gerade zerbrochen. Okay. Wir lernen. Verstehen? Ist das willkürlich, wann der umkippt oder was? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber warum ist dein Balken da jetzt wieder voll? Nee, den Bosskampf nicht. Wahrscheinlich ist es... Wahrscheinlich ist es alles fürchterlich offensichtlich. Ich bin nun mal wieder zu blöd zu packen. Aber das macht gar nichts. Da bin ich bewandert drin. Das ist gut. Ich habe doch gedrückt. Für fickte Scheiße, Mann. Ich habe gedrückt. Das ist wahrscheinlich das komplexeste Mario-Spiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Jetzt ist das Energieding leer. Aha. Ach, das war es. Mehr musste ich nicht machen. Das ist im Prinzip fast wie Kaiser. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Wahnsinn-Spiel. Was haben wir gewonnen? Was ist unser großer Preis? Oh, Gott sei Dank. Wir haben Blumen getötet. Das Energiedug in deiner Hose. Genau das meine ich. Aber nur das in deiner Hose. Hurra für mehr tote Pflanzen, Mann. Oh, der Uralter ist tot. Fantastisch. Du hast es geschafft, Maroi. Du hast diesen großen, bösen Boss besiegt. Eigentlich tat er mir ja nichts aus, als er mit mit Tennis spielen wollte. Du hast... Das ist der erste verfliegte Machtstein. Das ging aber schnell. Okay. Das ist also ein Machtstein. Puh, die schreckliche Macht, die davon ausgeht, kann man richtig spüren. Ich meine, eine Gänsehaut. Beeilen wir uns, um so schnell wie möglich die anderen vier Machtsteine zu finden. Lass mal machen. Lass mal machten. Verstehe ich? Persönlicher Platz. Wir haben ja vielleicht... Ja, ja, ist mir egal. Scheiße. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen zum Strand. Oh, ich bin zum Strand. Was? Ja. Propellerschiff. Angeblich soll sich auf der Klippe gegenüber von hier eine alte Villa befinden. Entschuldigung, das kann gut sein. Dass jetzt zweite Machtstein sich dort befindet. Es gibt nur ein Problem. Ohne seetüchtes Schiff kommen wir da nicht hin. Und ein Tod ist kein Boot. Fragen wir doch einfach mal bei dem Schiff, das da liegt, ob wir mitfahren können. Ja, lass das doch mal machen. Mit Sicherheit. Sollt ihr denn hier? Wir haben heute schon genug Leute herumgeschippert. Feierabend. Eben so einen schönen guten Tag. Entschuldigung. Guten Tag. Aber wir müssen dringend übersetzen. Noch eine einzige Überfahrt. Wird das nicht drin. So, so. Drüben steht wohl eine wichtige Party an. Was? Habe ich recht? Hört mir zu. Könnt ihr euch schon überfahren? Mir ist eh ein bisschen langweilig. Aber nur, wenn ihr mich in einem Tennis-Match mit zwei Gewinnsätzen schlagt. Wahnsinn. Aber wo? Osima, Mario. Da ist ja ein Tennisplatz an Deck des Schiffs. Wie praktisch. Ein Schiffsdeck ist vielleicht nicht der gängigste Ort für einen Tennisplatz, aber wir sind sowieso wie Tennis-Rebellen. Lassen wir es krachen, Kumpel. Must-Malheur. Das Spiel ist genial. Das Spiel ist so großartig. Ein normales Tennis-Match. Damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich habe direkt den ersten Ballwechsel verloren. So wenig komme ich damit klar, dass ich einfach ein normales Tennis-Match spiele. Ich meine, gut. Ein normales Tennis-Match. Was war das? Im Sinne von normal, abgesehen davon, dass ein Mast in der Mitte des Platzes ist, aber man kann ja manchmal nicht alles haben. Nüchtern betrachtet, oder? Da muss man jetzt auch mal, weißt du, da muss man mal drüber hinwegsehen. Stimmt. Oh. Wir machen jetzt einfach den übelsten Surfen-Volley, Mann. Wir machen jetzt einfach den übelsten Surfen-Volley, weil wir sind, und der teilteste Shit auf diesem Paneel. Wie Fehler? Das war kein Fehler, das war ein Trick, du Arschloch. Das war der Teil... Der hätte den Ball ja nie erreichen können. Ja, ich muss in das gegenüberliegende Feld spielen. Was soll er? Die tun so in der Story, als wäre das das einzige Schiff in der Umgebung, aber in dem Moment, in dem wir spielen, fliegen noch 47 andere Schiffe über uns drüber. Das ist Wahnsinn. Zeitenwechsel. Zeitenwechsel. Ist das Dom Tendo? Cheater? Ich geb dir gleich. Ist alles normal, genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen von einem Weltklasse-Tennis-Metz. Tennis-Metz. Guck mal da, da sind die Dinger dahinten. Oh, du Schwein. Hast du den Schlag gesehen? Hast du gesehen, wie... Jetzt mal ordentlich heiß, das war ja Weltklasse. Also von mir jetzt, nicht von ihm, weil er macht es eh random. Ja, das ist in der Nähe von Metz in Frankreich. Ist eine kleine Stadt in Frankreich namens Paris, in der man ganz gerne Tennis spielt. Manchmal einmal im Jahr oder so, oder zweimal im Jahr. Deswegen nennt man sie auch Tennis-Metz. Oh, gib mir. Diese ganzen Lichteffekte, die wird man mit Sicherheit auch noch irgendwann deuten können, oder? Das mit den Sternen muss ich noch üben, weil das Ding ist... Achso, ein Satz ist nur zwei Gewinnspiele. Gehen wir dann wohl mal? Nein. Oh, du Schwein. Du Lappen, Alter. Sehr schön. Das ist ein wahrer Profi. Würde mir natürlich nie passieren. Entschuldigung. Ich bin ja Profi. Profis passieren solche. Mal hörst du nicht. Höchstens mit Dingsbombs, Dingsbombs dran. Mit Mästen dran. Ich würde so gerne jetzt um diesen Schlick... Warte mal. Genau das hatte ich vor. Das ist doch nicht toll, wenn Sachen funktionieren. Oh ja. Oh ja, die Maulbeuf hätte ich auch gerne. Es ist schade, dass die Seitenwechsel nichts ändern, weil es wäre eigentlich ganz cool, wenn du dann aus der anderen Perspektive spielen müsstest. Denn so haben die ja überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel im Grunde genommen. wenn die dann aber, wenn du dann aber auch von... Also wenn die Kamera Perspektive gleich bliebe und du dann quasi... Weißt du? Wenn die Kamera dir dann als Spieler gegenüber stünde, sozusagen, das wäre... Da hätte das zumindest irgendeinen Einfluss auf das Spiel. Oder zumindest würde sich irgendwas ändern, wenn die Seitenwechsel wäre. Im Grunde genommen hätten sie die genauso gut ausbauen können. Im lokalen Multiplayer? Ja, stimmt. Das wäre möglich, ja. Und dann ist die Frage, warum haben sie es hier nicht eingebaut? Oder warum haben sie es hier dann... Ja, was heißt ausgebaut? Warum haben sie es dann hier dann so drüber gemacht? Vielleicht kann man es einstellen. Ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Wir haben gewonnen, Mann. Wir haben eine Schildkröte im Tennis besiegt. 16 zu 1 Punkte. Gesammelte Energie 14.000. Ja, geile Scheiße. Das, meine Damen und Herren, nennt man Professionalität. Habt ihr dann, Ray? Speichert mal schön. Das Blitzkrieg wäre schon fast ein bisschen lahm. Das finde ich persönlich. Der ganze Platz sowieso gleichzeitig im Bild ist. Du hast gewonnen? Hut ab! Ich dachte, ich hätte auf dem Schiff einen klaren Heimvorteil. Also gut, dann setze ich euch über. Wie vereinbart. Du bekommst Angst, sagst... Hurra! Klasse gemacht, Maroy. Machst ein paar lila Schläge, mein Schläger ist kaputt und du hast gewonnen. Das passt schon. Das sieht fantastisch scheiße aus. Jetzt geht's zum Glück wieder. Ey, toll, ne Spukvilla. Möchte ich in eben dieser spielen? Ich möchte jetzt gerne mit dem Schiff fahren, aber wahrscheinlich laufe ich einfach... Nein! Ja, das Schiff fährt! Was für eine Wand es der Propeller hat, weiß jetzt keiner so genau, oder? Luca, grüß dich. Aber wir nehmen ihn natürlich gerne. Ich gehe mal davon aus, dass hier rechts dann tatsächlich auch direkt wieder der Boss oder was auch immer ist. Schneeberg Bahnhof. Ja, wobei das... Die haben mir gesagt, dass eine von den Sachen im Schnee liegt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass... Ach, das ist ein Meer hier. Ich gehe mal davon aus, dass es da dann später weitergeht. Vielleicht kommt dann der... Split-Screen... Ah, lahm. Äh, vielleicht kommt dann der Zug irgendwann an, was auch immer. Das... Der ist ja die Villa. Was für ein gruseliger Eindruck sie macht fast zu gruselig wie der Wald gerade eben. Könnte ein Machtstein darin sein. Hilft also nichts. Nehmen wir sie unter die Lupe. Hey, Schnurrbart... Schnurrbart-Schorschi und Pilzgesicht. Oh, ihr seid echt mal schräge Vögel. Habt ihr einen Termin in unserer illustrierten Villa der Illusora? Moment. Dieser zu cool zum... Zum Rasierentyp hier ist doch ein Tennisspieler. Du willst doch bestimmt das Ding klauen. Ihr wisst schon, was ich meine. Klar, immer. Was würdest du auch nicht anders... Also, das kann doch fantastisch werden. Den superwichtigen Schatz der Königin. Was für ein Unhold würde denn sowas klauen? Nur ein Krimineller. Abtankluke. Superwichtig. Das klingt sehr nach... Dem Machtstein. Stimmt, die Spiegel sind noch gemeiner, als wenn ich davorstehe. Stimmt, ja. Habt langsam. Die Hüter der Villa der Illusora. Gott sei Dank ist da kein Set drin, sonst wäre Max jetzt wieder sauer. Also, wir hier erklären euch hiermit zu Feinden. Ihr werdet es noch bereuen, diesen Order aufgesucht zu haben. Und jetzt bleibt... Und ihr bleibt jetzt hier. Kommt nie wieder raus. Na, wie schmeckt euch das? Das ist feine Aussicht, was? Haha. Würde mich interessieren, wie weit die beiden Clowns es schaffen. Als erstes wird unser Kumpel Buhu-Schnurrbart-Schorsis Tennis-Kürste prüfen. Und zwar intensiv. Schnurrbart-Schorsi macht ja wirklich ernst, aber wir werden ihn austricksen. Die Trickserei meines Kumpels wird dir gefallen. Ein bisschen Spaß muss das sein. Für alle Beteiligten. Oh ja. Dann lass mal ein bisschen Tennis mit Buhu spielen, Alter. Haha. Okay. Mit meinem tollen Holzschläger. Dann spielen wir endlich gegen... Ich möchte endlich gegen den Chainshorm spielen. Der war niedlich und toll. Ach, die Spiegel funktionieren bestimmt wie Portale, oder? Das heißt, die darf ich auch nicht treffen, weil das kommt ja bald zurück. Zumal wir sind ja Feinde vor... Die haben uns ja gerade zu Feinden erklärt. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass die... bei jeder Gelegenheit sich gegen uns stellen würden. Schnurrbart-Schorsi uns zu cool zum Rasieren-Typ. Das finde ich... Das ist auch nicht unwichtig. Das dürfen wir nicht außen vor lassen. Das sah jetzt aus, als wäre es komplett durchgegangen durch den verfickten Dingsbums. Der... Der... Oh, was ist eigentlich, wenn Mifa eine kriminelle Organisation gründen würde? Wäre das dann die Mifia? Villa der Kiffer. Auch das. Was meinst du, warum wir fliegende Spiegel und fliegende Geister sehen? Das hat mir sicher nichts mit dem Sport zu tun. Wie Spiegel halt so funktionieren, nicht wahr? Der hat aber jetzt auch schon... Also jetzt... Also der Aufschlag ist ja schon also auch gegeben, nicht wahr? Hält mich natürlich nicht davon ab, mich komplett auseinander zu reißen, aber das passt schon. Vielleicht. Yes. Ja, paar Treffer. Ja, da muss es doch Punktabzug geben. Das ist doch Schiebung. Das ist doch unsportlich. Das hat mir jetzt auch direkt meine Energie abgezogen. Hat er mir dermaßen fest in die Eier geschossen, dass ich keine Energie mehr habe. Toll. Fantastische Aussicht. Boom, schakalaka, Alter. Nein, doch, O würde ja zum Tennis auch ganz gut passen. Normalerweise müssen wir auch die ganze Zeit von links nach rechts gucken, wie das Leute beim Tennis machen würden. Ich glaube, wenn ich mal irgendwann einer Tennisveranstaltung beiwohnen würde, würde ich danach nie wieder geradeaus sitzen können, oder geradeaus gucken können, weil mein Nacken vermutlich steifer wäre, als so mancher Sahne steif, sage ich jetzt mal einfach so. Ich werfe das jetzt mal so einfach in den Raum. Der Eifer, der Eifer, dieses Kommentar, das ist fantastisch. Jimmy, mach doch. Ich habe auch. Das wusste ich natürlich. Yes, guck dir das an. Guck, wie gut wir sind. Nur kurz weg gewesen. Also ob wir das jetzt nochmal entschuldigen können. Nein, nein, nein. Hier ist dann aber ein Netzspiel auch gemein, weil da kommen ja immer die, da kommen ja die Spiegel und sagen hier, doof, doof. Geh mal lieber nicht zum Netz, sagen die dann. Dann sage ich, ja gut, wenn du sagst, ich meine, warum würde ich nie auf einen verfickten Spiegel hören? Oder anders auf jeden würde ich sogar mehr hören, als auf einen verfickten Spiegel. Machen wir uns doch nichts vor. Oh, oh. Ich gebe zu, meine Chancen waren grandios. Was ist denn für ein Scheiß? Cheater. Mir erzählen sie, ich bin Cheater. Das ist der Knaller. Geh weg jetzt. Na. Video aufnehmen, genau. Boom, Alter. Nee, komm schon. Es war so toll. Ich wollte so tolle Sachen machen, aber dann kamen keine tollen Sachen. Aber Moment. Ist das Spiel komplett verloren für ihn, wenn einer Schläger kaputt geht? Weil dann wäre es doch eigentlich klüger, diesen Ball jetzt unmittelbar auf diesen Schläger zu spielen. Ich bin total bescheuert. Stimmt, ja. Das wäre dann aus, ja. Aber die Idee war vielleicht klug. Weißt du? Dass ich dann quasi versuche, die Bälle auf den Schläger zu spielen, sodass er ja, dann, weißt du, dann ist er ja tot. If the Schläger dies, you die for real. So läuft das da, oder? Trotz und Wurstsalat. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Sollte von Frauen ausrichten, Robin isst immer Wurstsalat, wenn du streamst. Also, wenn ich stream. Also grundsätzlich eher, wenn ich stream. Stimmt, wenn du zukommst. Das ist eigentlich, dass auch viele Leute denken dann bei Pokémon, dass man die Pokémon besiegt hätte, aber eigentlich hast du nur den Schläger des Pokémons besiegt. Das ist eigentlich das geheime Pokémon-Lore, das eigentlich keiner wissen darf. Ich darf das eigentlich auch noch gar nicht sagen, weil das soll eigentlich morgen in der Game Theory erscheinen. Oh, wieder irgendwas gegen den... Ja, super. So ein Arsch. Was ist ein Arsch? Wir sind irgendwas mit Freundinnen in den Wurstsalat einreiben und bin höchst begeistert von allem, was gar nicht passiert. So. Jetzt kommt der Return of the... Der Return of the Yaris. Was sehe ich schon? Du wärst fast gefallen. Du bist doch gerade erst aufgestanden. Du stehst auf, schreist verdammt und sagst, du wärst fast gefallen. Dann bleib doch einfach sitzen. Ich weiß, ich bin manchmal etwas pragmatisch. Ich kann nicht immer sitzen bleiben? Was soll ich denn jetzt im Stream sagen? Ich hab keinen Bock, jetzt geh jetzt. Ich will nicht mehr sitzen. Tschüss. Ja genau, ich bleib danach immer sitzen. Ich mach nur die Kamera aus. Will ich mich dann den Rest des Abends nicht mehr. Nach jedem einzelnen Stream. Der schnellste Spiegel-Jumpscare-Sache. Oh nein, traurige Spiegel. Ich bin sehr, sehr emotional. Das darf nicht wahr sein. Schnurrbart-Georgi gibt aber auch wirklich nie auf. Der Kerl ist sicher kein Tennisanfänger, aber bilde dir ja nicht zu viel drauf ein, Schnurrbart-Georgi. Ein einziges Match zu gewinnen, beweist gar nichts. Augen ist im Stream gefallen, das stimmt. Der wahre Horror der Villa, der Illusora, liegt noch vor dir. Du wirst schon bald wissen, wovon ich rede. Oh fucking yeah. Trainingsplatz. Nein, wir wollen tolle Spiele spielen. Illusionssalon. Was zur Hölle ist bitte ein Illusionssalon? Ganz schön finster in diesem Raum. Wer weiß, was uns hier so auflauert. Wir müssen besonders vorsichtig sein. Oh ja, besonders vorsichtig. Noch vorsichtiger als ich sowieso immer bin. Hallo und ein schaurig schönes Willkommen. Illusionssalon. Leider ist für euch hier aber Endstation. Warum sind die plötzlich so freundlich zu mir? Aus diesem Raum kommt ihr nicht mehr raus, außer wenn ihr sein großes Geheimnis lüftet. Das werdet ihr nie schaffen. Ich weiß mittlerweile nicht mal mehr, warum. Wir haben es vergessen. Ein Wurstsalat-Simulator. Oh ja. Boah, es ist ja gerade Steam-Sale. Ich habe dann gerade mal auf meine alte Wunschliste geguckt. Ohne Scheiß, 90% der Spiele würde ich in meinem Leben beim Erbrechen nicht anfassen. Ach stimmt, der wollte nicht mitschälen. Buh. Oh, das war... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. was genau ist passiert habe ich jetzt war das jetzt weil ich alle einmal getroffen ich meine ich habe dann mit dem letzten alle einmal getroffen war das jetzt deswegen oder was ist gerade passiert doch bitte den typ zu mich verarschen willst du mich verarschen danke ich glaube ich habe aber keine ahnung welche der letzte ist den ich noch treffen muss ich habe nicht aufgepasst so gut habe ich dann doch nicht aufgepasst ich kann löcher treffen was was der ist richtig geht es um die reihenfolge oder was wollen die von mir das aber ich habe doch getroffen ich habe doch genau getroffen scheiße ich habe keine ahnung was gerade passiert ich glaube es geht um die reihenfolge willst du mich verarschen du blöder haufen kacke ich würde lügen wenn ich sagen würde sie ahnung was passiert aber vielleicht ist das sogar die absicht gewesen weil ich glaube wenn du hier hier ist das alles noch irgendwie recht ich habe ich habe Wenn das jetzt hier auch passieren würde, wäre ja alles okay. Dann hätte ich ja quasi gewonnen. Das macht dick. Das habe ich doch gerade mehrfach getan. Also muss ich tatsächlich nur einmal den richtigen Treffen mit irgendeinem komischen Power-Schlag oder was? Das wirkt deutlich komplizierter als das, was es letztlich ist, glaube ich. Oh, interessant. Die Musik ist fantastisch. Die Musik ist sehr fantastisch. Fört mir gerade mal so auf. Ich glaube, der bewegt sich etwas nach unten. Ist das alles, was ich machen muss? Also habe ich gerade nur einfach nicht getroffen. Hätte nicht gedacht, das ist ja nicht mal mehr ein Rätsel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Licht der Wahrheit findet. Allerdings wurde euch der wahre Schrecken unserer Königin noch nicht offenbart. Okay. Alter, ich nutze doch die ganze Zeit die Zeitlupe. Guckst du hier zu? Siehst du, was passiert? Was zur Hölle, Mann? Was ihr bis zu diesem Zeitpunkt geschafft habt, bewundere ich, aber hier endet euer Abenteuer. Das letzte Rätsel besteht aus jeder Menge Spiegel. Ich glaube kaum, dass ihr diese Aufgabe meistern könnt. Nee, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Das geschehen. Okay. Die Räder treffen. Was wird das jetzt? Ja, schüttchen. Gruß dich. Gruß dich. Das ist das einzige Ziel, das ich habe. Der einzige Effekt, den ich jemals gesehen habe in diesen Dings hier, ist, alter, wenn ich die Zeit... Verstehst du, was hier passiert? Ich muss offensichtlich diesen komischen Powerschlag nutzen. Wenn ich die Zeitlupe nutzen würde, wäre meine Energie leer und ich kann diesen Schlag hier nicht mehr nutzen. Verstehst du, was hier passiert? Oder bist du gerade einfach nur zum Pöbeln da? Das kann ich auch gerne akzeptieren, aber dann erwarte bitte nicht, dass ich das irgendwie noch zur Kenntnis nehme. Ich habe das Gefühl... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Ziel wäre, es beide gleichzeitig zu deaktivieren. Aber wie zur Hölle soll ich das schaffen? Das deaktiviert eins von den beiden Dingern. Ich habe das Gefühl, dass ich beide gleichzeitig deaktivieren muss, aber das schaffe ich nicht. Das ist, glaube ich, eines der nervigsten Geräusche, die ich jemals in einem Videospiel gehört habe. Ohne Scheiß! Ein bisschen Design daraufhin, was man... Also so ein bisschen... Eine mittelmäßige Andeutung darauf, was man zu tun hat, wäre fantastisch. Ah, ihr Trottel. Alter. Ein riesiger Fehler von euch, die Villa der... Euch fehlen... Gott, einige Jahrhunderte in Übung. Es muss... Eine harte Nuss. Kann ich den Kack bitte überspringen? Das wäre fantastisch. Ich will es nicht lesen. Fange ich jetzt wieder von vorne an in dem Kreis. Ich muss jetzt nicht wirklich wieder diese dämlichen Blasen machen. Wenn ich jetzt wieder die Blasen machen muss, dann machen wir jetzt Online-Spiele. Ne, fick dich. Mit Sicherheit nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das denn für ein Scheiß?